Montagmorgen, ich hab leicht verpennt Mein Chef hält mich nicht für effizient Nur dem gern sagen, wie ich ihn so seh Wär das denn so ne dumme Idee Dumme Ideen sind noch immer die Besten Dumme Ideen muss man alle mal testen Was würden wir uns sonst später erzählen? Da würde irgendwas fehlen Oh, 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 oh